Mit Startnummer 11 und als Erster der besseren Gruppe ist Jay Humphrey am Eis, der kanadische Meister aus Vancouver, Achter nach der Pflicht. Jay Humphrey ist bekannt als blendender Kürläufer und in Grenoble liefert bestimmt die zweitbeste Kür der Olympischen Spiele des Herrenkunstlaufbewerbes. Doppel Lutz, Doppel Axel, Doppel Toll Loop, Doppel Lutz, Doppel Lutz, Doppel Lutz. J. Humphrey ist 19 Jahre alt, hat sehr lange in Toronto trainiert, eine Zeit lang auch bei Edi Rader, bei dem bekannten österreichischen Läufer, dreifacher Tonlu, und seit relativ kurzer Zeit ist er nun der Schüler von Frau Börke, und zwar in Vancouver, das ist ein bisschen schwierig, da er ja in Toronto wohnt, er muss also monatelweise sein Domizil wechseln. Doppelflip. Doppelflip und eingesprungene Sitzbereiche. Doppelflip. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist erstaunlich, dass die große Halle in Genf heute bei der Herren-Weltmeisterschaft nicht ausverkauft ist. Es ist etwa halb voll bisher bei den Paaren und auch bei den Tänzern war die Halle ausverkauft. Zehntausend Zuschauer waren bei diesen zwei Meisterschaften anwesend. Walli Doppelseilstoff, Doppelachsel. Doppelachsel. Das war der kanadische Meister Jay Humphrey mit einem sehr schönen, schweren Kürprogramm. Allerdings mit einem Programm, das nicht so spektakulär war wie jenes in Grenoble. Damals war er schwungvoller, er war dynamischer. Aber es scheint hier die Luft sehr schwer zu sein, denn die Läufer der schlechteren Gruppe, die Sie nicht gesehen haben, meine Damen und Herren, haben alle ganz besondere Ermüdungserscheinungen gezeigt. Und wir haben gedacht, ja vielleicht liegt das doch an dem einen oder dem anderen. Aber Sie sehen auch die Läufer, die also ganz vorne im Spitzenfeld liegen, haben damit zu rechnen und diese Luftmacht ihnen zu schaffen. Für den Inhalt im Bild mit der Trainerin 5,8. 5,8, 5,7, 5,8, 5,7, 5,8, 5,6 und 5,7. 5,7, 5,7. Und 5,6.